Woche 13 Ruf Gottes Es ist der typische Anspruch konsumorientierter Menschen, dass für sie alles leicht und bequem zu sein hat. Braucht der innere Weg leicht verdaulich zu sein? Wie lange will ich warten, bis mir alles auf dem Tablett serviert wird? Es ist nicht leichte Kost, welche der Anspruch Gottes einem bietet. Das Leben über Jahrtausende in falschen Selbstbildern wird ganz grundlegend erschüttert. Und dies ist letztlich lebenswürdiger und beglückender als die Harmlosigkeit des trägen Dahinlebens, in der Hoffnung, dass man einfach leicht und in der Unbeschwertheit der Oberfläche weiterschlafen könne. Der Gott der eigenen kleinen Hoffnungen, der in der eigenen Lebensbilanz ein erfreulicher Pluspunkt sein soll, ist nicht der Gott der Wahrheit. Der Allmächtige und Allbarmherzige lässt sich nicht verbuchen, weder für eine bestimmte Konfession noch für den Eigenbedarf. Er tritt ergreifend und erschütternd in unser Leben ein, reist uns aus allem Lebensallerlei heraus und weist uns kraftvoll den Weg. In der Bibel gibt es da schöne Beispiele. Mose hütet ein paar Schafe am Berg Horeb, wo plötzlich die Weisung Gottes an ihn gelangt. Führe mein Volk aus Ägypten heraus. Mose weicht zunächst zurück. Dann aber schlägt er all seine privaten Lebenspläne in den Wind und tut, was ihm Gott aufträgt. Den Propheten Jona packt schlicht die Panik, als Gott ihn ruft. So schnell er kann, macht er sich zu Schiff aus dem Staub. Das Schiff kommt in ein riesiges Unwetter und als Jonas sich zur Errettung der Besatzung über Bord werfen lässt, frisst ihn ein großer Fisch, der ihn aber auf Geheiß Javes nach drei Tagen wieder an Land speit. Da ist ihm natürlich klar, dass er dem Ruf Gottes nicht mehr ausweichen kann. Petrus und Andreas werden von Jesus von ihren Fischerbooten wegberufen und folgen ihm auf der Stelle nach. Dieser Ruf ist jetzt. Ob man aber dazu einwilligt und sich hingibt oder ob man weiterhin Widerstand leistet, ist die individuelle Entscheidung der Seele. Das ist schicksalsprägend. Die Intervention Gottes ist niemals harmlos und wunschgemäß. Der allmächtige Gott ist nicht unser Angestellter. Sein Geist weht, wo, wie und wann er will. Er könnte dich jetzt ergreifen und dann bedarf es der freiwilligen Einwilligung unsererseits. Sind wir jetzt dazu bereit? Geistesgegenwart bedeutet, für diesen Ruf jederzeit bereit zu sein und für die Konsequenz einzuwilligen. Die grundlegende religiöse Haltung ist die des Horchens, sensibel zu sein für den Ruf. Wir schaffen Gefängnisse und dann wohnen wir darin und nennen das noch Leben. Von außen gibt es die scheinbaren Erfahrungen, wie das Leben zu verlaufen hätte und ganz tief im Inneren spürt man einen Ruf. Seine Bestimmung. In der Vernachlässigung der innersten Bestimmung wird das ganze Leben zu einem gelebtem Kompromiss. Dieser ist nie wirklich erfüllend, aber eben bequem und vor allem eingespielt und angewöhnt. Doch wer besitzt den Mut, den Ruf nicht gleich wieder auszublenden? Wer wagt es, in all den gelebten Kompromissen zur Lebensspur zurückzufinden? Es gibt nur wenige Menschen, die mehr als alles andere frei sein wollen, denen die Wahrheit wichtiger ist als ihr eigenes Befinden. Doch in dieser gänzlichen Bereitschaft für seinen Ruf geschieht etwas Außergewöhnliches. Das innere Leben beginnt wirklich zu werden. Eine bisher unbekannte Kraft wohnt plötzlich im heiligen Namen inne, das gegenüber Gottes reagiert. Es ist der Beginn einer Lawine, eines Erdbebens, eines Umbruchs. Nichts wird mehr so sein, wie es war.